Hallo von Zukunft des Einkaufens. Heute zu unserem Podcast Vcast Nummer 8. Es sprechen tatsächlich mal zwei von Zukunft des Einkaufens, der Frank Rehme, der mir gegenüber sitzt. Mein Name ist Heike Scholz. Ich blogge seit ungefähr zehn Jahren über alles, was mit Mobile zu tun hat, was Unternehmen an Mobile interessieren könnte und seit einigen Monaten gemeinsam mit dem Frank Rehme, Karin Wunderlich und Katrin Mussmann, auch noch in der Zukunft des Einkaufens, wo wir uns ja intensiv mit den Innovationen im stationären Handel beschäftigen. Heute wollen wir über die Future City Langenfeld sprechen. Ein tolles Projekt, das Frank federführend mitmacht. Aber erst mal zu dir, Frank, ein paar Worte zu dir. Ja, ich sage mal, viele unserer Hörer oder sehr viel mehr, die kennen mich ja auch, weil ich sonst immer am anderen Ende des Mikrofons sitze. Heute bin ich gerne auch mal der Befragte. Ich habe viele Jahre bei der Metro seiner Zeit das Thema Innovation geleitet. Wir haben Future Stores auf die Beine gestellt. Wir haben ganz neue Store Konzepte gemacht, wie Real Drive und solche Geschichten alle. Fühle mich auch immer noch als einer der, ich sage mal, Evangelisten in dem Bereich Innovation in Retail. Mit unserer Firma jetzt GMV Team sind wir weiter in dem Thema unterwegs und bringen dieses Thema Innovation in Handel, Konsumgüterindustrie, Verpackung und Logistik immer unter dem sehr starken Aspekt der Vereinfachung und vor allen Dingen aber auch der Umsetzungstauglichkeit. Also nicht so viel, ja, ich sage mal, Workshops und Konzepte, sondern auch viel ausprobieren und machen. Und deshalb lautet unser Claim ja auch nicht, dass Erzählte reicht, sondern dass Erreichte zählt. Sehr schön. Jetzt wollen wir ein bisschen darüber sprechen, was so im Moment im stationären Handel eigentlich los ist. Wie siehst du das, vor welchen Herausforderungen steht der stationäre Handel eigentlich jetzt in Deutschland? Was rollt da eigentlich gerade so auf ihn zu und wie ist er darauf vorbereitet? Ja, stationärer Handel bekommt eine neue Rolle, komplett. Also die Händler sind eigentlich sehr stark noch unterwegs und beklagen diese Umsatzwanderungen in Richtung E-Commerce und haben eigentlich noch gar nicht verstanden, dass sie eigentlich in Zukunft eine ganz andere Aufgabe haben, als irgendwo die Bevölkerung mit irgendwelchen Waren zu versorgen. Wenn man sich mal anschaut, was Menschen heute eigentlich bewegt, in den stationären Handel zu gehen, dann ist das in erster Linie natürlich irgendwie ein Erlebnis zu haben, Menschen zu treffen. Das haben viele, viele Umfragen gezeigt, auch bei uns auf der Seite Zukunft des Einkaufens haben wir ja mehrere Umfragen auch gehabt und Studien, die genau dieses auch bewiesen haben. Auch die Studie Vitale Innenstädte vom Institut für Handelsforschung hat genau gezeigt, welche Aufgaben stationärer Handel und vor allen Dingen aber auch Innenstadt in Zukunft hat. Und da ist dieses Thema Erlebnis, Inspiration, dem Kunden auch, ich sag mal, Impuls zu geben, steht ganz, ganz vorne mit dabei. Und natürlich auch dieser soziale Aspekt, man will Menschen treffen und man will nicht nur einfach Artikel erwerben. So, was heißt das jetzt für den Handel? Der muss, ja weg von den alten Werten wie Umsatz pro Quadratmeter, die natürlich bleiben müssen, aber die müssen ergänzt werden, eigentlich um dieses Thema Erlebnis pro Quadratmeter. Und da sind wir bei so einem Thema, dass der Handel sich nicht mehr isoliert betrachten kann, sondern in dieser Kooperation mit Stadtentwicklung ganz, ganz neue Wege gehen muss. Sprich, der Handel hat als Wettbewerber nicht allein nur den E-Commerce, wo Menschen abends mit dem Tablet auf dem Sofa sitzen und einkaufen. Nein, der Handel hat auch als Wettbewerber die Kletterhalle, den Fußballplatz, den Wald, in dem man spazieren gehen kann, weil der Handel um die Freizeitscheiben des Kunden mitkämpfen muss und nicht mehr nur alleine um das Portemonnaie. Wir sind heute, also dieses Thema, ich muss in der Aufmerksamkeitsspanne der Verbraucher heutzutage irgendwo erscheinen, um ihn für mein Format zu begeistern. Und damit bin ich im Wettbewerb von eben vielen, vielen Freizeitangeboten, die ich bis jetzt noch gar nicht als Wettbewerber auf dem Schirm hatte. Nun haben sich in der Vergangenheit ja stationärer Handel und auch die Städte nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Also wenn ich so in verschiedenen Städten auch beruflich bin, ich stehe manchmal in Fußgängerzonen und könnte eigentlich vergessen, in welcher Stadt ich bin, weil die alle gleich aussehen. Und in kleineren Städten, also ich bin auch öfter mal auf dem Land und wirklich kleinen Städten, da ist in den Fußgängerzonen also derartiger Totentanz, die veröden zunehmend. Wen siehst du jetzt in der Verantwortung? Der Handel geht auf die Städte zu, die Städte auf den Handel. Wenn ich dich richtig verstanden habe, geht es ja nicht ohne einander. Ne, absolut nicht. Also gehen wir mal kurz zu den Thematiken. Also ich selbst komme eigentlich aus dem Ruhrgebiet. Und meine Heimatstadt Bottrop ist so ein typischer Fall, wo etwas richtig schief gelaufen ist. Also wenn man da in der Innenstadt unterwegs ist, jetzt hat vor kurzem noch Karstadt geschlossen, vor vier Wochen, und da ist jetzt selbst an einem Samstagnachmittag trifft man da. Also die Leute, die man da in der Innenstadt, in der Fußgängerzone trifft, die kann man abzählen. Also es ist eine große Katastrophe, die da passiert ist. Ich war früher da sehr in der Politik auch aktiv und habe da mitbekommen, welche Diskussionen dann schon vor 15, 20 Jahren in der Stadt unterwegs waren, als dieses große Zentrum Oberhausen auf der grünen Wiese eröffnet hat. Es ist das größte Einkaufszentrum in Deutschland und ist 15 Autominuten von der Innenstadt Bottrop entfernt. Und die großen Diskussionen, die damals in der Händlerschaft der Innenstadt waren, ging um dieses Thema einheitliche Öffnungszeiten. Man hat es nicht hinbekommen, einheitliche Öffnungszeiten irgendwo unter einen Hut zu bekommen. Das heißt also, wenn der Kunde am Samstagnachmittag in die Innenstadt gegangen ist, dann hatten ein Drittel hatte um 14 Uhr geschlossen, die nächsten schlossen um 16 Uhr und der Rest irgendwo später und Zentrum Oberhausen hatte bis 20 Uhr komplett geöffnet. Das Zweite war diese Riesendiskussion damals der Stadtverwaltung um Parkgebühren. Sie hatten vor der 18.000 Parkplätze sind vor der Stadt, die kostenlos sind im Zentrum Oberhausen und man redet hier noch über damals noch eine Mark oder eine Mark 50 an Parkgebühren. Das sind also Dinge, wo ich merke, dass diese Kleinkriege, die man da gefürchtet hat, eigentlich in den Augen des Wettbewerbers, sprich des Center-Managements vom Zentrum Oberhausen, eigentlich Ränkespielchen waren, über die sie sich totgelacht haben. Das Ergebnis kann man heute sehen. Der Verbraucher hat eine Konditionierung bekommen, die in die Richtung geht, fährst du in die Innenstadt, musst du Parkgebühren bezahlen und als zweites, du weißt nicht, ob der Laden, den du eigentlich gehen willst, überhaupt geöffnet hat. Dann macht der Kunde einmal, dann macht der Kunde ein zweites Mal, aber garantiert kein drittes Mal mehr. Dann fährt er nämlich sofort 15 Minuten weiter und hat ein komplett Riesenangebot mit, ja, ich sag mal, Foodcourt und allem, was dazugehört, da stehen. Und das sind die Dinge, die in der Vergangenheit schiefgelaufen sind und die gleichen Elemente sehe ich heute immer noch in Städten. die noch nicht so abgekippt sind, aber wo die Händlerschaft immer noch so meint, ja, eine Ansammlung von Partikularinteressen zu sein. Und genau da muss man Augen öffnen und aufzeigen, in welche Richtung man heute eigentlich gehen muss. Und da sind wir dabei, dieses Thema Freizeitwert hinzubekommen. Jetzt zu der Frage nochmal, Hand in Hand mit Stadt, Städte, die clever sind, haben verstanden, dass ein ausgezeichnetes City-Management, wo man sich natürlich um Leerstände und so kümmert, um Ansiedlungen, über die normale Wirtschaftsförderung hinaus totalen Sinn macht. Und genau diese Städte, die werden auch eine Zukunft haben, weil die von vornherein verstanden haben, in welche Richtung es geht. Da gibt es tolle Beispiele. Ich nehme mal dieses Beispiel Bad Münstereifel. Ein Kurort, der ja auch schon abgekippt war. Und die haben die Tür aufgemacht für Investoren, die eigentlich auf einer grünen Wiese ein Outlet eröffnen wollten. Und was haben die gemacht? Die haben in der Stadt Immobilien aufgekauft und haben das Outlet in der Stadt positioniert. Also ich bin so im Jahr öfters mal da, weil durch mein Hobby Motorradfahren komme ich da öfters mal vorbei, trinke da gerne auch mal einen Kaffee und beobachte, was sich da in diesem kleinen Örtchen alles ergeben hat. Und heutzutage werden da Busse hingekarrt mit auswärtigen Besuchern. Die jede Menge Umsatz natürlich in der Stadt lassen. Und da ist ein neues Leben aufgekommen. Davon profitiert auf einmal die Gastronomie und Hotellerie mit. Und das sind Städte, die einfach etwas wagen und Türen aufmachen für neue Ideen, disruptive Dinge zulassen, so eine Stadt mal eben in ein Outlet zu verwandeln, ist schon etwas, was eine Operation am Herzen ist. Und das zuzulassen ist eigentlich das, wo man zeigt, heutzutage muss man neue Wege gehen und dafür auch offen sein. Du hast ja schon früh dich um Innovation im Handel gekümmert und hast eigentlich genau das ja schon in der Metro-Gruppe gemacht. Also wirklich Dinge angeschoben, dann auch den Future Store, den Metro-Future Store mit aufgebaut und mit verantwortet. Was für Ziele hattet ihr damals eigentlich, Innovation in einen Supermarkt zu bringen? Und ist euch das gelungen? Also habt ihr die Ziele erreicht? Was war so der große Erkenntnisgewinn aus der Zeit des Metro-Future Stores? Also sehr früh hatte der damalige Vorstand schon erkannt, dass der Handel sich ja mit Innovation beschäftigen muss. Und war 2002, 2003 der Fall. Da hatte man den ersten Future Store, war noch vor meiner Innovationszeit in der Metro, da hatte man schon den ersten Future Store in Rheinberg eröffnet. Damals sehr groß auch nach außen gespielt. Man hat sehr stark auch dieses Thema Innovation generell im Handel besetzt. Also das Ziel war auch, so Metro im Rahmen des Brand Buildings und der PR so als Innovationsführer im weltweiten Handel zu spielen. Wenn man, dieses Thema RFID wurde dann sehr stark besetzt, um Logistikprozesse und generell die Supply Chain zu verbessern. Das ist sehr gut gelungen auch. Die Metro war, wenn man damals irgendwo Innovation im Handel eingegeben hat, in Google hat man die ersten vier Seiten nur mit Metro-Seiten voll gehabt. Also das war schon sehr gut. Und der zweite Future Store, so nach fünf Jahren in dem Zyklus, muss man mal einen neuen machen. Ansonsten hat man sehr schnell ein Future Museum, wenn man nicht aufpasst. Der wurde dann in Tönnies Forst eröffnet mit den Learnings aus dem ersten. Wir hatten dann auch ein Besucherzentrum mit dabei und haben dann Innovationen sehr stark unter dem neurowissenschaftlichen Aspekt auch mit reingepackt. Im ersten Future Store haben wir gelernt, Technologie ist nicht alles, weil Technologie wird vom Kunden sehr stark als Komplexität wahrgenommen. Und Komplexität sorgt für nicht kaufen einfach. Und so haben wir im zweiten Future Store nicht minder Technologie drin gehabt, aber die waren alle komplett versteckt. Wir haben dann mobile Einkaufsszenarien gemacht, damals auf kleinen Nokia-Handys. Da konnte man Artikel schon scannen. Wir hatten biometrisches Bezahlen, wir hatten Bezahlen mit NFC, macht bis heute noch keiner. Aber wir haben die ersten Piloten damit auch gemacht. Wir hatten verschiedene Checkout-Szenarien, also fünf verschiedene Kassenszenarien letztendlich da drin. Wir haben komplett neue Formate im Bereich der Metzgereien erarbeitet und des Beauty-Bereiches. Also war ein sehr vielfältiges Angebot, haben mit Neuromarketing gearbeitet, sprich multisensorischer Ansprache der Kunden. Wir hatten Beduftung da drin, Beschallung an bestimmten Orten. War schon, auch digitales In-Store-Marketing hat da eine große Rolle gespielt. Aber der Zweck war eigentlich, dass man ein Zuhause schaffen wollte für Innovationen im Handel. Weil dieses ganze Thema, wo kann man eigentlich mal an der Wertschöpfungskette entlang mal Innovationen im Handel testen, wo wirklich mal getestet wird, wo welche Innovation auch einen Einfluss hat auf andere Bereiche der ganzen Supply Chain. So zum Beispiel, dass man mal gesehen hat, wie beeinflusst eigentlich Couponing das ganze Thema Payment mit, wenn man schon etwas mit Mobiltelefon macht. Wie sieht der Prozess an der Kasse aus, wenn ich einen Coupon mobilen einlösen will und zugleich natürlich auch Payment. So, das konnte da alles abgebildet werden, auch in Verbindung dann mit solchen Dingen wie geschlossene Bargeldkreisläufe, die man dann getestet hat und solche Dinge alle. So, und das war eigentlich so mit einer der Benefits, dass man sagte, okay, es gibt in Deutschland nicht irgendwo ein Lab für Retail, sondern es gibt in Deutschland einen Ort, der mit echten Kunden, mit echten Artikeln, also wir hatten jeden Tag bis zu 5.000 Kunden gehabt. Wir hatten 65.000 Artikel in den Store, der hatte 9.400 Quadratmeter. Wir haben in den fünf Jahren, wo der zweite Future Store lebte in Tönisfors, hatten wir über 40.000 Besucher aus über 60 Ländern. Wir hatten fast jede Woche Kamerateams da und Reporter, die darüber berichtet hatten. Und wir hatten sogar Robotik mit da drin, die dann auch immer auf der ersten Seite standen. Unsere beiden Roboter Roger und Elli, die die ersten Robotik-Szenarien im Handel dann gemacht haben. War eine spannende Geschichte, aber 2013 wurde der wieder zurückgebaut. Die Metro hatten jetzt mittlerweile eine andere Innovationsstrategie und ich gehe aber davon aus, dass irgendwann alles wieder in die Richtung zurückkommt und man wieder irgendwo in Richtung Future Stores, wo man echt was ausprobiert, wieder passieren wird. Das bringt mich jetzt ja tatsächlich nun endlich, haben wir einen großen Bogen geschlagen, tatsächlich zur Future City Langenfeld. Denn jetzt haben wir so von dir ein bisschen gehört, was war eigentlich der Metro Future Store? Und was habt ihr da alles gemacht? Und jetzt bist du ja unterwegs, tatsächlich das Ganze nicht nur in einem Supermarkt zu machen, also in einem Ladengeschäft, sondern tatsächlich in einer ganzen Kleinstadt. Erzähl mal ein bisschen, warum war es eigentlich ausgerechnet Langenfeld? Was hat Langenfeld, was andere Städte nicht haben? Beziehungsweise vielleicht ist Langenfeld auch ganz typisch und ist damit die Blaupause für viele andere Städte? Und was hat nun eigentlich das Team rund um die Future City Langenfeld dort vorzutun? Ja, erstmal kurz zum Team der Future City Langenfeld. Sind fast die gleichen wie unsere Autoren auch auf Zukunft des Einkaufens. Nachdem ich gemerkt habe, dass nachdem diese Future Stores eigentlich nicht mehr da waren, wieder Innovation so im Land verteilt war irgendwo. Du hast überall irgendwo in irgendwelchen Städten irgendwelche kleinen Innovationsinseln gesehen, aber wiederum eine zerpflückte Wertschöpfungskette irgendwo getestet. Und wir haben gesagt, irgendwie müssen wir wieder gucken, dass wir das wieder irgendwie zusammenführen. Deutschland als das Handelsland eigentlich überhaupt in Europa muss irgendwo so einen Bereich haben, wo wir das Ganze vernünftig testen können. Und so kam der Wunsch auf, erstmal in so eine Richtung zu gehen, man müsste irgendwo wieder so eine Art Future Store machen. Diesmal nicht von der Metro getrieben, sondern jetzt von uns, von dem GMV-Team. Also haben wir uns zusammengetan und haben mal die Augen aufgeschickt und durch ganz alte Kontakte habe ich auf einmal Kontakt bekommen wieder zu Langenfeld. Ich habe da mal Vorträge gehalten zum Thema Innovation in Retail und solche Dinge alle. Und haben uns da mit dem City Manager unterhalten, der in diese Richtung auch innovationsoffen war. Und so hat sich ergeben, dass wir mit Langenfeld mal einen Workshop gemacht haben, wie könnte eigentlich so eine Art Future City aussehen. Warum gerade Langenfeld? Erstmal durch den persönlichen Kontakt, aber auch zweitens, Langenfeld hat ideale Voraussetzungen. Und zwar, die Innenstadt ist noch gesund. 3,5 Prozent Leerstand ist so gut wie gar nichts. Die haben einen City Manager und vor allen Dingen, die beschäftigen sich sehr stark mit Zukunft. Die machen solche Workshops von der Stadtverwaltung aus, Langenfeld 2040, wo man mal sieht, dass die eigentlich sehr stark in Richtung Zukunft denken. Langenfeld ist schuldenfrei, hat sehr stabile politische Verhältnisse auch. Und deshalb sind die auch in so einer Richtung unterwegs, wo die eine Verantwortung für die Stadt übernehmen. Die Kaufkraft ist da sehr hoch und liegt genau in der Lage zwischen Köln und Düsseldorf. Das heißt also, mit 60.000 Einwohnern sind den Mittelzentrum, das genau eigentlich Lösungen braucht für den stationären Handel der Zukunft. Und so sind wir eigentlich zusammengekommen. Und Langenfeld ist ein idealer Partner dafür. Wir sind da mit einer sehr innovativen Verwaltung unterwegs, sehr engagierten Einzelhändlern, die alle mitmachen und eine sehr engagierte Bürgerschaft, die dieses ganze Projekt auch mitträgt. Wir sind jetzt schon Projektpartner. Also wer ist jetzt schon dabei in der Future City Langenfeld? Und welche Projekte sind jetzt sozusagen in der Pipeline? Es ist ja alles noch recht frisch. Ja, also wir sind damit auch bis jetzt nicht groß an die Öffentlichkeit gegangen, weil wir haben die Philosophie, lass uns erst mal machen. Und wenn wir was auf die Beine gestellt haben, dann werden wir groß die Glocken läuten. Was wir auf die Beine stellen, ist jetzt gerade, wir hatten Anfang, Mitte Februar hatten wir jetzt den Workshop, wo wir die Projekte den Händlern vorgestellt haben und mit denen gemeinsam noch verfeinert haben. Und das sind eigentlich drei Projekte. Das erste ist, wir werden dieses Thema Loyalty komplett neu angehen. Loyalty, sprich Kundenbindung, ist aus meinen Augen irgendetwas aus den 90ern und das muss mal überarbeitet werden, ganz neu. Und wir haben gedacht, okay, während die klassischen Loyalty-Modelle eigentlich auf Wettbewerb beruhen, wollen wir Loyalty auf Gemeinschaft beruhen lassen. Das heißt also, wir wollen alle Händler unter einen Hut bringen, die gemeinsam den Kunden dafür belohnen, dass er Zeit in der Stadt verbringt. Und diese Aufgabe, den Kunden dafür zu belohnen, wollen wir nicht nur allein bei den Händlern lassen, sondern alle, die davon profitieren, dass Traffic in der Innenstadt entsteht. Und da gehören auch Ärzte, Rechtsanwälte, Massagepraxen und alle dazu, die sich ja bewusst diesen Standort Innenstadt ausgesucht haben. So, da ist wunderbar aufgenommen worden, dieses Konzept. Also da haben wir schon fast sending ovations bei der Vorstellung bekommen. Die Händler haben gesagt, genau an diese Richtung müssen wir ansetzen. Wir müssen für mehr Traffic in der Stadt sorgen, damit die Aufenthaltsdauer dementsprechend erhöhen. Und jeder, der bis 13 kann, weiß, dass genau das die Indikatoren sind für einen höheren Umsatz. Nummer zwei ist, dass wir in Kombination mit der Loyalty dieses Thema Parken nochmal neu angehen. Ich hatte ja gerade schon mal darüber gesprochen, was man da falsch machen kann. Und wir sagen jetzt Folgendes, wenn wir so andere Beispiele uns angucken, wie belohnt man einen Kunden dafür, dass er in der Stadt einkaufen geht, dann kommen viele erstmal mit der Idee, die ersten zwei Stunden lassen wir parken umsonst. Man will ja auch nicht die Dauerparker irgendwo da drin haben. Und wir haben gesagt, eigentlich ja blöd, nach zwei Stunden den Kunden aus der Stadt herausjagen, widerspricht ja eigentlich dem Wunsch, den wir haben, auf längere Aufenthaltsdauer. Und so haben wir dieses miteinander verknüpft. Das heißt, wenn der Kunde Transaktionen in der Stadt macht, ob er, wie gesagt, einkaufen geht oder irgendwo beim Arzt ist oder im Restaurant, dann wird etwas auf sein Belohnungskonto gepackt. Und davon kann er dann Parkgebühren auch bezahlen. Und da bleibt wesentlich mehr über, als er letztendlich fürs Parken irgendwo bezahlen muss. Und dieses, was überbleibt, soll auch wieder in der Stadt in Erlebnis umgewandelt werden. Sprich, ein Restaurantbesuch oder eine Massage, wie gerade gesagt, oder so. Alles das, was irgendwo ihn positiv an der Innenstadtbesuch erinnert. Und der Dritte ist, dass wir mit einem jungen Startup hier bei dir, .com, ganz junge Burschen, ganz interessant mit denen zu arbeiten, die bringen ganz frische Ideen rein, mit denen dieses Thema lokaler Online-Marktplatz mal neu denken. Bis jetzt sieht man ja immer so Beispiele, wo man eigentlich Händlern die Möglichkeit gibt, einen E-Commerce-Shop zu machen. Halte ich immer für die zweitbeste Idee. Die beste Idee ist eigentlich, wenn man dafür sorgt, dass irgendwo einen Platz gibt, an dem alles das, was in der Innenstadt oder in der Stadt generell getan wird an Commerce, irgendwo ein Zuhause hat. Und die Inspiration haben wir bekommen eigentlich vom HDE in Berlin, also dem Handelsverband, die immer gesagt haben, eigentlich müsste man mal darüber nachdenken, dass wenn man auf einen Städtenamen geht, www.hamburg.de oder www.langenfeld.de, da muss es irgendwo einen Button geben, der heißt Kaufen und Erleben in Langenfeld. Und wenn man da draufklickt, wo landet man denn da eigentlich? Und da hat man heutzutage 30 Unterseiten. Und was wir machen wollen, ist eine Seite, ein zentrales Portal, an dem man dann landet, ob man irgendwo einen Handwerker sucht, also praktisch so eine erweiterte gelbe Seiten, aber zugleich auch mit den Möglichkeiten, Termine zu buchen beim Arzt, sich Angebote einzufordern, alles sofort auf dem Online-Weg. Und das ist das, was wir etwas größer spinnen wollen, als die klassischen Online-Marktplätze, die es so gibt. Ja, das wären die drei, mit denen sind wir jetzt dran. Und wir, achso, nee, halt, stopp, noch ein viertes, ganz vergessen. Mit unserem Partner Gray, mit unserem Partner Gray sind wir unterwegs und bringen in so eine Art Whitebox, wo wir mal weit nach vorne schauen wollen, wie Handel der Zukunft aussehen wollen, dieses Thema Öffnungszeiten mal neu zu denken. Und zwar machen wir mit denen ein Windows-Shopping. Das heißt also, man kann auch in der Stadt einkaufen, abends um 22 Uhr, wenn die normalen Läden eigentlich geschlossen sind. Und da machen wir ein Windows-Shopping-Szenario, wo man sich mit seinem Mobiltelefon, mit einem Screen direkt verbinden kann und dann über dieses Mobiltelefon die Dinge, die man auf dem Screen sieht, auch einkaufen kann. Es ist sehr weit in die Zukunft geblickt, aber natürlich wollen wir auch solche Dinge ausprobieren. Und damit wären wir beim dritten Partner. Also die Partner, die wir haben, sind momentan hier bei dir, Gray, und die Stadtwerke, mit denen wir dieses Thema Loyalty bzw. Parken auch managen. Die Stadtwerke sind für uns ein ganz, ganz wichtiger Faktor da drin, denn die Stadtwerke sind die, die bereits 90 Prozent oder über 90 Prozent aller Haushalte als Kunden haben. Das heißt, die besitzen in dieser Stadt die höchste Anzahl von Kundenzugängen und die wollen wir natürlich gemeinsam mit denen weiter ausbauen. Ich verstehe. Klingt verdammt logisch, wenn man so jemanden hat, wo die Stadtwerke in so kleinen oder mittelgroßen Städten natürlich noch eine extrem große Rolle haben. Also ich als Hamburgerin, ich glaube, wir sind hier ein bisschen weiter noch auseinander. Ich weiß nicht, wer noch alles bei Wattenfall ist hier in Hamburg. Aber ist schon, glaube ich, etwas zersiedelter in einer Großstadt. Aber ein interessanter Ansatzpunkt, was mich dazu bringt, wann kann man denn was sehen? August, so die größte, also nach der Sommerpause, nach den Sommerferien werden wir so die ersten Projekte live setzen. Das Thema mit dem Loyalty und mit dem Parken wird ein bisschen länger dauern, weil wir wollen da erst so eine stadtweite Content Engine machen. Das heißt also, wir wollen dieses Thema Smart City, bei dem sind wir automatisch übrigens gelandet in dem Projekt. Wir sind nicht nur bei Retail, sondern auf einmal in dem Thema Smart City wirklich unterwegs. Wir denken darüber nach, wie kann ich dieses Thema E-Government da mit reinbringen und solche Dinge alle. Wo wir gar nicht so digital erstmal unterwegs sein wollen. Wir wollen wirklich, also GMV, unseren gesunden Menschenverstand natürlich da auch ausleben. Werden wir aber viele, viele Dinge haben, die digitalisiert werden müssen. Aber unter dem absoluten Ausschluss von Komplexität. So, und das wird ein bisschen länger dauern mit dem Loyalty. Da werden wir in diesem Jahr auf keinen Fall Ergebnisse haben, weil da müssen wir wirklich erstmal eine Infrastruktur aufbauen. Aber die anderen Projekte, die werden wir nach dem Sommer live haben. Super. Und werden noch Partner gesucht? Ohne Ende. Also, wer, wenn sich wirklich einer, das kann ich nur als Signal geben hier auch an unsere Seher und Hörer, wenn sich irgendein Unternehmen mit Innovation im Handel beschäftigt und will die wirklich mal in einem großen Showcase in echt auch umsetzen, um seinen Kunden auch zu beweisen, dass die funktionieren, dann soll er sich sofort mit uns in Verbindung setzen. Mit dir, mit mir oder mit der Katrin oder mit der Karin. Ja, das war doch ein schönes Schlusswort, ein schöner Aufruf, tatsächlich mitzumachen bei der Future City Langenfeld, also Innovation in Retail und Smart Cities, ja, mitmachen und sich bei uns melden. Wir werden auch auf Zukunft des Einkaufens noch viel intensiver auch über Langenfeld berichten. Das haben wir uns fest vorgenommen. Das, was zu berichten ist, werden wir dort auch verankern. Das hat einen eigenen Menüpunkt schon bekommen, auch wenn wir noch nicht allzu viele Inhalte dort haben. Aber es wird sich jetzt schlagartig ändern und so versuchen wir alle auf dem Laufenden zu halten, was passiert in Langenfeld. Und ansonsten, wie gesagt, den Frank Rehmer ansprechen, mich ansprechen oder Karin oder Katrin ansprechen. Irgendjemand wird sich auf jeden Fall zurückmelden und dann gucken wir, wie wir die Future for Retail and City auf die Beine stellen. Gut. Ich bedanke mich, Frank, für die vielen, vielen Informationen. Und natürlich bei unseren Zuhörern und Zusehern für ihre Engelsgeduld. Wir sind wieder viel länger geworden, als wir wollten. Aber wir wünschen was und bis zum nächsten Pod Vcast. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.